Wenn ich jetzt auf PC spiele, das ist ja noch komischer. Was ist das hier, Lux? Bei mir wird es jetzt Konsole angezeigt. Bei mir gerade noch ein PC. Ach, ich probiere das hier mal so. Äh, warte, ich bin ja soweit, ich bin ja gleich. So. In der letzte Runde, wo wir den Sieg geholt haben, da habe ich nichts gemacht. Wirklich nichts. Ich hatte 69 Schaden und einen Kill. Okay. Ist doch gut. Aber dafür habe ich davor die Runde 4.009 Kills gehabt. Das hat dann wieder ausgeglichen. Ja, warum hat er denn den Operator nicht genommen? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Du musstest ja schon wieder einen neuen Operator kaufen, Dude. Ja. Welchen? Ein bisschen nicht sieht man den jetzt. Ja. Ist immer noch der andere. Ah, jetzt verändert er sich. Mit dem Namen. Tschüss. Ich weiß nicht, ich glaube der ist Schornsteinfeger. Guck mal wie er qualmt, Leute. Ja, gefühlt schon. Das heißt, der andere sieht ja auch nicht aus, oder? Nee. Ich wollte die M4 haben mit komische schwarze Leuchtspur und zerstückeln. Fand ich jetzt mal interessant. Einfach nur für eine Waffe kaufst du dir ein ganzes Paket, was übelst eigentlich schon viel kostet. Klar. Man muss Prioritäten setzen. Ey, Katze, Alter. Ich hab mir diesen Skin nur geholt, weil der einfach meinem Namen gerecht ist. Weil ich bin die Biene und er ist Killerbiene, deswegen musste ich mir den eigentlich holen. Die Mara sieht einfach geil aus, Alter. Ja. Mara sieht echt fett aus. Krasse Arsch, Alter. Ach, Alter. Ihr solltet euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Nyauuu. Wo seid ihr denn alle? Aber Sargent ist doch noch kaum mehr online, oder? War bestimmt schon zwei oder mehr in der Woche nicht mehr online. Ja, schon Sargent. Ja, okay, ja, weil unter der Woche mache ich nicht so lange. Ja, also, ich habe ihn jetzt nicht oft in der Runde gehabt, also gesehen. Oh, er wirft den besten Monitor. Der Feind nähert sich. Wie auch immer ich sie mal alleine bekommen. Ey, also ich hatte heute schon den Snipe des Tages, also ich brauche niemanden mehr snipen. Weil ich habe heute einen vom Auto gesnipet und deswegen ist für mich der Snipe des Tages schon deswegen. Ja, ja, prison. Und was denn noch sonst, Alter? Naja, aber wenn du immer so gut gesnipet hast heute, dann musst du weitermachen, dicker. Ist ein Zeichen. Ja, die eine Runde ist, die eine Runde hat so Angst zu bitten mit den neuen Ketten. Die andere war schon jetzt hier. Ne, wir sind doch am fliegen, oder willst du wieder alle Leute aus der Luft töten? Ich bin der GC1, siehst du, die hat dich schon fliegen geschehen, oder? Ich will noch den Heli hier. Vielleicht sind wir, die stinkt schon auf mich. Romana, wo fliegst du denn? Oh, Shurek, was bringst du denn da mit, Alter? Ich wäre ja fast für so eine Penis-Downtown-Wunde, weil ich glaube, das wirkt ein bisschen haarig, Alter. Oh, Shurek, ein Team, zwei Teams, drei Teams. Machier die mal. Ich kann gucken, ob ich die wegschreddern kann. Direkt hinter die Shurek, der will auf dich snacken. Ja. Ich kann nicht so weit hochkommen. Ich muss ein bisschen weiter runter, dass er auch runter muss. Ja, Shurek, er kommt. Ich gehe hier lang. Ja. Ja. Ich gehe hier runter. Ich bin unterwegs. Ja, ja, komm ich. Ja, der ist weg. Also, der ist so oder so weg, der ist direkt runter. Der ist hier runtergegangen. Ich habe hier ein Ziel. Ja. Okay, ich komme auch zum Helikopter. Ich komme auf Shurek. Okay, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Ja, komm, 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 komm. Ja. Ich kann, dass es so schnell wie es geht. Ich bin dabei. Ich nehme diesen Sitz. Erstmal mein ganzes Team abgeholt und auf die vierte Auer. Leck den mal auf den anderen hier weg. Ich zeig den weg. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ja, ja, ich hab's auf die Tower. Ja, ab auf die Tower. Ja, raus, 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 raus. Der Helikopter ist wo, der Helikopter ist unten. Der kommt hoch. Der Helikopter kommt, glaube ich, hoch. Da hab ich nen Shieldbrake. Diesmal tatsächlich. Gib mir nen Helikopter oder was? Ja. Die eine Lupe ist schon weg. Ich versuche uns die andere noch zu retten. Ich hab kaum noch Minen, Alter. Okay, Heli ist wie bei dir, Biene. Ja, ich hätte jetzt die Lupe geholt, aber er tut schon den Bautiker. Genau. Der Bautiker müsste jetzt, glaube ich, hochkommen. Der will hochkommen, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Kann er ja probieren, Alter. Nee, der ist innen drinnen. Der ist innen drinnen, rennt herum. Oder unten. Ich glaube, der ist sogar unten. Oder? Ja, der ist unten. Sieht so aus, dass er unten ist. Ich schmeiß den einen weg und hol den anderen. Ja, er hat gedroppt. Ja, er ist hier links gelandet. Direkt vor mir. Ich bin unterwegs. Nein, das ist nicht unser Bautiker. Bautiker ist unten im Keller. Feindliche Manöver. Ich stelle euch den mal ab und versuche mir jetzt Waffen zu holen. Wenn das okay für euch ist. Okay, nein. Ja, hier unten ist keiner. Okay, die Sniper nehme ich mir einfach. Wollen wir den mal über? Ey, also ich renne immer noch mal Piste rum. Das müssen wir bedenken. Ich höre die eine Luper. Hinter dir, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hast du ihn gesehen, Dude? Nee. Die Schuheck, 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 Schuheck. Gut angehittert. Das Gas breitet sich aus. Also, ich sag immer Dude automatisch, weil Dude normalerweise blau hart. Deswegen hab ich da Dude gesagt. Oh, Schuheck. Ich hab hier vielleicht erst Schuheck. Pingen, pingen, pingen. Bitte geht nicht nach unten, oder? Ah, da muss nach unten gehen, ja. Okay, Dude, ich geh pushen. Ich... Da unten ist und ich stehe da drinnen. Wer war ein Betäubungskanal? Schuheck, Schuheck. Reiner, Reiner, Reiner. Der Heli liegt irgendwie zu dir. Wir haben kein Heli mehr. Der Heli hat Reine backstabiert. Ich hab wieder nur einen schwulen Assist gekriegt heute. Ich hol dich, ich hol dich, wenn du aufhörst, du brennst. Warte. Steh auf. Weiter geht's. Ich hab mich hier erst mal hingelegt, Alter. Wo ist einer? Hier. Wir haben kein Heli mehr, Leute. Der Heli ist erwutzt von dem einen Typen mit Rocket Launcher. Ja, passt. Ja, stimmt. Deswegen muss ich raus. Ich versuche jetzt erst mal den anderen zu holen bei dir. Genau oben drauf, auf dem Turm, ja? Ich seh nichts. Ich hab auch nur diese Kack-Billow-Sniper. Also mehr Billow-Sniper. Ja, ist oben drauf, die Sau. Oh, schade. Ich hab ihm Respekt gegeben. Das war's aber auch schon. Pass auf, du. Hinter dir. Da kommt ja keiner rein, du. Der, der oben ist genockt. Ey, unter dir, unter. Entschuldigung, entschuldigung. Unten, 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 unten. Ist noch einer. Da unten, auf Nila. Hab ihn. Sauber. Oh, ich krieg Sniper-Schüsse. Ja, auf Nila hat Hitsch. Und unten, links ist er da. Oh. Oh, Alter. Auf dem anderen Turm hat mich gelockt. Ja. Komm mich holen. Komm hier rein. Ne, 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 nicht runter. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Okay, okay. Halt durch, Pana. Ich hab dich. Auf dem anderen Turm, mach ich mal versuchen, die Flieger zu unterhalten. Auf dem anderen Turm kriegt... Jeepbrake auf dem anderen Turm. Jeepbrake auf dem anderen Turm. Ja, pass auf, oben steht auch noch einer hier. Ja, 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 genau auf dem. Auf dem ist auf Jeepbrake. So, der hat dann eine Luster. Cheated. Jungs, wir müssen langsam turnen. Ja. Ja, Mann, ein Rocket Launcher und alles. Ich brauch halt Platten. Mh. Oh, Alter. Bei mir hat einer eine Clamer gesetzt. Ja, die haben mir über mir eine Clamer gesetzt. Ja, die sind halt oben drauf. Das ist... Ja, haben sie hier am Eingang gesetzt. Ja, ich bin tot. Ich weiß wirklich... Äh, Rocket Launcher hat voll von A in abgeschossen. Ja, da stehen zwei Leute auf ihr Turm, die mich ab... Ach, Mann. Ja, warte, warte. Das drängt mir einfach ab. Alter, was ist hier los? Typen müssen aber auch gutes Aben haben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab den Gulag besetzt. Oh, noch einer, Shurek. Noch einer. Von oben. Oh. Scheiße, ich hatte nur Shieldbreak. Du bist jetzt dem Gulag. Mann. Fuck, Alter. Ja, der... Okay, Bini, ich sag dir, er snackt Mitte. Er snackt Mitte. Er snackt Mitte. Er steht immer noch bei sich im Spawn. Ist ganz in der Ecke im Spawn. Ganz in der Ecke bei sich. Jetzt guckt er wieder in der Mitte. Sauber. Wenn du diesen Kampf gewinnst, wenn ihr alles rüberküttet... Ja, okay. Autoskopierung. Hier, Leute. Hier sind genau Gegner. Werfen Molotov. Haben genau zwei Gegner. Komm wieder. Auf Lila sind Gegner, die sich lauter zuholt haben und auf uns snacken. Wenn du hier zum Lauder gehst. Ich werde... Ich kann wahrscheinlich wegsacken. Ach schon, danke. Wo sind die Gegner? Auf Lila, oder was? Ja, unten auf Lila. Ja, ja, auf Lila. Haben sie auf dich gesnackt schon, oder? Ja, ja, was? Dicke, ich hab zwei Schüsse kassiert, war tot. Ja, ja, Dicke, die snacken da übelst raus aus Orang. Die T-Mitglied kehrt er aus einem Gebiet zurück. Oh, von hier oben haben sie auch gesnackt. Wir haben hier rüber. Ja. Ja, plopp mal an das Ding. Ich geh gleich rauf dann. Auf Lila, oder was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nicht auf Lila. Lila, der Gegner. Oh, nein, nein, nein. Komm mal schnell. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Alles gut. Und? Wie, du klatsch jetzt auch auf. Mann, ey, ich hab wirklich zu viel. Ich hab gerade eine Sekunde weggeguckt auf mein Handy. Alles gut. Du sollst ja auch in ihr Handy kicken, du sollst Leute kriegen. Nein! Oh! Mann, du sollst ja. Mann, du sollst ja, du bist jetzt sein Ziel. Ey, egal, so komme ich wieder. Und wir kriegen hier Geld. Wir sind's geil. Warte, warte drauf, machte. Smart ist in die Jinne, ja. Und ich glaube ich möchte schwenken. Mit den meisten Geld. Das Gas breitet dich aus. Ich werde fahren Ich habe auch eine Oh Schlussverkauf Ja ich komme mal auf weil ich will ein Self-Revive haben Ich will ein Self-Revive haben Also auf Loadout sollte ich jetzt nicht gehen direkt Ich gehe dann auch runter und hole Safe und so Wenn ich schaffe sollte ich noch aber ja das sollte ich Aber das kommt doch perfekt weil so kann wir dann im Safe auch selbst noch ein Loadout holen Ja so bleiben wir denn hier Ja ne wir bleiben jetzt weg Ey kann jemand für 900 schon einen Unichess holen Weil dann müssen wir die nicht für vollen Preis holen Das muss man nicht holen Du fahr da schnell nochmal hin Was soll ich holen? Unichess mit Dann brauchen wir die nicht für vollen Preis wenn die Preise da wieder sind Dann können wir ein Loadout und direkt Unichess gehören Jut zu habe ich Deswegen Ja und dann bleiben wir ein bisschen hier Ausklärung bitte Drohne auf Geist in das Gebiet Ja wir holen jetzt noch eh gleich Loadout wenn links über die ist Ich gehe hier Das ist monetiert dann haben wir auch noch einer Wollen wir dann direkt auf Geist in das Gebiet Ja Ja okay Feindliche Drohne über uns Feindliche Drohne über uns Kriegt doch gleich jeder nochmal 3 in der halbe Warte noch Platten Seid ihr Jungs Ja einer muss auf jeden Fall eine Plattenbox holen Markiere Sammeln Warte ich kann euch ja jetzt erstmal Platten holen Schaffen wir Geld Schaffen wir das nicht mit Plattenbox Ok wir kriegen jetzt 3 6 Ah ne reicht nicht Doch klar reicht Nee dann hol mal Munichess bitte Guck mal Guck mal Guck mal Munichess haben wir noch Gürtel schon geholt Munichess habe ich aber eine Plattenbox schnell reist Reicht glaube ich nicht Doch 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 das reicht Den 200er 6 5 kostet die Einer muss mitgehen er kann sie doch nicht tragen wenn er den Loadout nimmt Ja ich werfe sie direkt nach hinten Ei Verbündete Ausmachtungslieferung unterwegs Den Fuxmanns Ok danke stopp Achso Ey 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 also das war jetzt nicht witzig grad Der Schuss Verwerte Munichess Ich hab Munichess Ja aber ich dropp die hier drin Hier Hier Lege Munition ab Gut Flachenfest Sauber Sauber Jetzt gucken wir wo die nächste Zone angeht Soll ich mal den Sicherungsdinges auf ploppen Anploppen Fienes ploppen Einer noch Ja Mach mal Außer am Ende geht der da eh wieder in die Zone Ne das geht glaube ich gar nicht oder Ne der geht immer immer Richtung Riespontären Ich komm hier hin Scheiß mal auf den anderen Nee, komm, wir gehen Oh, der geht da genau hin Ich bin unterwegs Der geht ja hinten bei blau, oben rüber Dann darf ich mir doch nicht gehen Ich übernehme das Lenkrad Den Kras Hehehe DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD Ich muss die ja mal ausprobieren Digga Möint nachdem die knarre mich 20 euro gekostet hat guck wie hier draußen alter guck mal hier geil wir waren hier nimmermein nimmermein ich möchte ihn noch einmal raus ich sag doch nach äh pumpe vollautomatische nein Fingermatt jetzt nein ich möchte ihn noch einmal raus hier nimm mach los jetzt jalla ja ja schabok gut 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 komm komm zone drop los heide jalla heide heide auto kommt ne auto fährt doch auto kommt in unsere richtung ja wir gehen jetzt hier hoch in unsere richtung wir fahren da wir lassen sie wir gehen hier hoch kommt um mal wo schon die zone rino hingeht ja man oh das wird doch so ne standard runde dicker also ich will euch jetzt keinen druck machen dann mach ich nicht aber wenn wir jetzt den sieg okay ich lass es ich glaube die vollautomatische pumpe die haben wir auch völlig vernachlässigt bin ja mal gespannt ob ob die fetzt da 32 schuss ne nicht die vollautomatische ich hab die ja schon voll gelevelt damit ich hier die drachen moon und so hab dicker ich könnte ja die leuchtspur mit zerstückeln und drachen arten munition nehmen man kann so man kann so naja gut aber zerstückeln ist nur ein optischer das ist nur ein optischer gag ist kein ja klar aber das haben sie über die make 10 auch gesagt und die blaupause ist äh 40% stärker die haben sie ja genervt ja ja klar komm wir gehen hier hoch wir gehen schon ein bisschen weiter oder? würd ich sagen du da ist hier vollautomatisch du musst nur gehalten und nicht die ganze zeit ne musst nur gedrückt halten dicker aber da musst du auf jeden das musst du dir die ist aber wirklich nur wirklich für nahkampf also die ist nicht so auf mittlere stanz oder so ein bisschen mehr ist sie nicht mehr ganz so stark wie komplett nahkampf nein das ist nicht aber so unser autotaktik sprint unser autotaktik sprint ist halt scheiße dafür ja ich hab den ausgemacht dicker ich find das ekehaft wenn ein autotaktik sprint aus ist also autotaktik sprint also ich will ja hier jetzt keinen druck machen das ist Spaß so bleiben wir hier ein bisschen würd ich sagen und gucken aber keiner hat geist von uns ne? 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 kommt ja gleich noch ein geist load äh ne erst bei zone 4 ja naja oder anfang zone 5 könnte man auch sagen Ende zone 4 25 haben wir arbeiten können guckt bitte in jedem Funk da also ich guck hier hin ich gehe jetzt dahin ja ich guck unten rein beziehungsweise guck ich lieber dahin ich bin nur weg ich bin nur weg schließen nur wenn klare sachen sind ja also hier mal ich versuch mal wo es da unten ist da unten sicherheitszone verlegt da unten haben sie gefightet nur wenn ihr die gang da safe knocken könnt schießen da unten sind wir aber sowas wenn der jetzt halb steht zum Beispiel ne im fall nicht sofort die position ja ich weiss aber die muven alle das sollten nicht hier hier da hinten ist nur einer da hinten ist nur einer aber noch einer chipbrake chipbrake der andere ah besser man kipp denn der wird T-Mate war auch knocked wird auch von denen angesteilt von unten aus dem Berg guckt irgendeiner hinter uns eigentlich nur so undnimmbar jetzt hey ha ha Geil Ab 1, ich mach mein 1, finde ich Pass auf, der snap gut zurück Ich weiß nicht von wo Ja, von dem Dach hier Ich seh den da nicht, ach da oben Da ist einer auch wieder neu gedroppt, glaube ich Guck rechts und links Er hat runter gesprungen, zwei sind runter gesprungen Ab 1, Team läuft Da unten Warte, warte, warte Da unten, die wollten den grad holen Hier sind sie jetzt noch Markierung der Zielposition Gehen wieder nach hinten Schon gut Hey, ich hab den noch nicht Ich hab den noch nicht einmal blickt Wir stehen gesucht von da, würde ich sagen Bei jedem Vögel hoch Vergesst das letzte Warum? Von da Hier hinten sind auch Vögel hochgegangen Die sind so weit weg, dass Selbst Commander, die mich hätte hochschweichen können Vergesst das Aufhören Also die Typen, die da zurücksnipen Ich hab den Typen da noch nie einmal blitzen sehen Kontakt voraus Oh, Mann Er hat sich nicht bewegt Genau in dem Moment Und, Renter Verstanden Oh, ziemlich nah Ja, Klaus, hier vorne Irgendwo sitzen sie Hier Ich geh hier lang Schon gut So, Commander Wir gucken jetzt nach hier, ja Ja, ich guck mir zu nach links Ich geh hier lang Ignoriert das Und dann gucken wir, wo die nächste Zone hingeht Und dann entscheiden wir, was wir weitermachen Ja, erstmal Ja Ja Wenn wir ganz viel Glück haben, move die Zone links von uns Ich glaub, die move nach vorne Also in die Richtung, wo ich und du Das Gas kommt mehr Neue Sicherheit, wo sie überparkieren Okay Gut, denn Also pass auf, Commander Du und ich, wir verteidigen hier die Zone Bis sie hier zugeht Ihr beide macht ein bisschen Auge nach links Ja Okay, wollen wir ein bisschen weiter nach vorne tun Lass hier ein bisschen über die Hügel liegen Ja Wir gehen hier ein bisschen vor Ey, guck mal, wo sein Geil ist Aber nicht wirklich weit Ja Pass da draußen gut auf Äh, schuldig ja Schuldig Ja Lass mal hier auf den Hügel hochgehen Weil wenn die von oben kommen, sehen wir die nicht Ja, ja, weiß ich ja Ich wollt ja bloß zeigen, von wo wir nach wo verteidigen, ja Ja, liegen einfach hier rüber Ich bin hier oben drauf Also ich hab hier so diesen Bereich Hab ich Ja Du musst links Ein bisschen weiter links Weil wir, wir müssen Wir müssen am weitesten verteidigen Warte, ja, ja Da kommen sie, da kommen sie Okay, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen Oder? Sollten wir kommen? Wir gehen Komm, du, du Ja Links, unter so und schießen sie auch Das Gas nähert sich dir Könnt ihr die nochmal genau, äh, markieren, weil von uns wissen sie vielleicht noch nicht Das wissen sie bitte Ja, genau, Alter Ja, ich geh hier lang Ja, bei Marte hinter dem Baum da Ja, bei Marte hinter dem Baum da Ja, bei Marte hinter dem Baum da Ja, bei Marte ist raus Ja, da kann ich nur noch mal treffen Tschüss, Tschüss, Tschüss! Ne, also das ist ich, bin auch eine AP Ja, eine geht nicht mit dem klaren Ding zu Ja, der eine, kann ich nicht Pusten Alter Kommen wir nicht an die Vest ramm Wir kommen alle nicht an die Vest ramm Ich hab sie Ich hab null Platten, ich bräuchte welche, ich hab null Platten Warte, ich geb dir Geld rein, warte, warte Commander bräuchte auch welche, wenn er sich die zwei gibt, dann hat er auch keine mehr Commander komm, du kriegst auch noch eine Hat einer noch AR Munition für mich bitte? Nein, ich hab selbst keine, ich hab auch keine Ja man Auf, genau, geh wieder auf den Jügel drauf, Schudeck, weil über den Jügel, wenn die kommen, dann sehen wir den ersten Ja, pass auf, ich bin unterwegs Könnt ja nur von unten theoretisch kommen, ne? Naja, die einzige Scheiße ist, wir müssen sie schnell weg machen, weil wenn die von UNOVOT HUNDER PRO nach hier rein gehen Ja, mit Wenn sie wieder von dahinten kommen, kriegen wir ein Problem, weil die sehen wir kaum durch die Bäume Von der rechten Seite können sie ja nicht kommen, da ist der Berg Nein, nein, ich wollte hier nur ein bisschen runter, dass ich einmal kurz an der Seite gucken konnte Nicht nachlassen Du verlierst dein Boot Ich komm, weil hier der Berg ist, die kommen da gar nicht hoch Doch, die kommen gleich, nein, die können hier noch So, Zielposition vorrücken Ja Da sind sie Wo? Gegen Ja, ich seh'n Vorne Vorne sitzt einer Ich geh hier lang Platziere eine Ladung Bestätigt Bestätigt Da sind mehrere, da sind mehrere Ab einen Ab einen Ab einen weg ist sie nicht Ja, genau Auf blau ist noch einer Da ist noch einer Genau auf der Position ist noch einer Ja, laufen sie auch Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Ja Wir haben gewonnen Ja wir haben gewonnen Ja Wir Ja Ja Wir Ja Ja Von blau snacken sie richtig Ja Perfekt Komm nicht hoch, ich sterbe AHHHHH Ja ich hör das mal, da kann sie noch hoch Da müssen wir einfach noch alles abhalten und dann noch den sieben Hab ich ihn genockt? Einer hab ich genockt Da auf orange Wir holen nicht gleich, wir holen nicht gleich Ja ok, ja, keine Platten, ich hab keine mehr Jungs da unten sind sie Auf dem Ping Und sie snacken mich bis zum Gate nicht mehr, das ist ja lächerlich Also wir wissen wahrscheinlich Push, push, push Push, push, push Werfe eine Betäubungsgranate Betäubungsgranate Hab einen gestunnt, direkt vor uns Unten ran, unten am Berg, unten, hier, hier, unten Ja? Einer ist noch Was, noch einer? Passt doch auf Arschloch Noch einer Hier links unten, hier links unten Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich will diese Eindrüstung her Verlierst an Boden Achso, der sitzt genau hier vorn Ja, da unten Ok, sauber Execute, execute Gott, ich will den executen Ja! Jawoll! Ey, wer hat's gewinne ich? Oh, Schräg Nice Jungs Erste Runde, erster Win heute Also das Team war schon gut, wir hatten einfach nur das Zone Glück an der Stelle Abiler als erstes Abiler als erstes Ich muss sagen, ich hab am Ende, ich hab am Ende noch vom Kiel her super aufgemacht Also ich hab glaube ich 5 oder 6 Kiel noch da, äh, was ich dann am Ende gehabt Ja, ich hab die nicht mehr alles gefinished bekommen, ich hab die Schaden ausgezahlt, die Große Ich hab nur den Eindrüstchen nicht Naja, drei Kiel Egal, drei Kiels, ich hab ja einmal draufgegangen, Alter Sehr nice Ne, doch, scheiße, ich bin ja einmal draufgegangen Tschüss, tschüss, tschüss Ok, was, was sind, was waren die Kiels, wer war erst? Ach, ich hab auch die Kiels noch gehofft Wahrscheinlich, ja Warte, ich hab einen, als wir hoch waren sind Ich hab oben, als wir drauf waren, einfach 7 Kiels gemacht, seit wir da oben drauf sind Warte, ich hab auch Geld für HDR bekommen Ja, warte, ich muss einmal, ich muss die M4 doch, ich muss die VLK spielen, dicker Mit dem Ding siehst du ja keine 20 Meter weit Mann, ihr müsst Kilo spielen, Kilo ist so stark grad wieder Ja? Nein, ein Grau Ja, ja, Grau auch, aber ich hab keine Grau, deswegen ist Kilo die andere Variante Mega gerne Ne, Grau rockt richtig, aber dicker im Solo mit der Kilo geht ja gar nicht klar, das ist wie ein Das ist wie eine Voodoo-Puppe, Alter Seid ihr ready? Starten, oder? Ja? Ja, hau ein Ander Ich hab jetzt zwei Siege hintereinander Das ist, äh, das zweite hintereinander ist schon geil So, jetzt hab ich Sargent überholt Oh, Shurek ist mit Bravestar wieder gleich, da wird er ja abkotzen, dicker Ja Ja, wir müssen Shurek, ey, wir müssen jetzt noch holen, dass Shurek hochkommt Wenn Shurek jetzt noch einen rüber macht, dass dann wenigstens Ne, jetzt kommen wir bestimmt in Gold plus Lobby, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack, pass mal auf Egal, ich bin der vierte einfach von meiner Freundschaftsliste Ihr alle drei, also du, Shurek, also Shurek, Dude und Böcher, ihr seid ja alle komplett weit weg Mit 38, 38 und 43, da bin ich mit 15 noch weit hinten Aber ich hab Sargent und Commander und sowas gebaut Und vor allem, wie schlau wir es diesmal gemacht haben Einer ist am Lowdown draufgegangen und wir haben es verstanden, dass wir da nicht auch hingehen Das war, glaube ich, das erste Mal seit 500 Spielen, dass wir nicht trotzdem da hingegangen sind Was denn? Ja, naja, aber vor allem, dass wir pushen gehen hier in der Situation, das war gut Ja Ja Also, ihr habt die so gut da oben gemacht, dass die nur auf euch geguckt haben Und ich von der Seite zwei von denen einfach mit einem Magazin wegpicken konnte Sonst hätte ich sie nicht weggepicken, weil die auf mich gelegt hätten Die ganze Zeit Aber dadurch, dass die in die... Die zwei links aufgepasst haben und rechts aufgepasst haben konnte Ja, ja, das war auch wichtig, das war auch wichtig Ich war sehr nice, da haben wir das diesmal gemacht Unsere Posie war aber auch einfach die beste von denen Wir hatten einfach auch zu Unglück an der Stelle Ich weiß, dass du mal umdienst oder was erinnern Ja Ich fange nur an dem Bravestar kommt auch gleich Ja, Prison ist nur Rotze, wollen wir Military? Ja 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 Na, ich weiß auch nicht, wie lange ich noch spiele, also vielleicht kann er auch meinen nehmen, wenn... Wähle einen Heinstiegspunkt für einen Sieg-Zone Das Gas meiden! Schnell in die Sicherheitszone! Der Bracer wird so sauer sein, dass wir... also ich... dass wir grad einen Sieg geholt haben Der wieder nicht vorne ist Ja, ein Achtung, leider gar nicht Ist doch bei uns alle so flog als ich gleich Als du nicht da warst und der 5, wie die hier noch geworfen ist, er hat sich schon ein bisschen geärgert, dass er nicht rankommt Ja, aber das ist ja nicht böse hier, meine... Ja, nein, ich weiß nicht auch nicht Ja, der passt nicht weiter Gäms mehr, ist ja riesenglickerisch, ich ätchen glaube ich... Ja, zwei Leute! Ja, er ist der Fall, ich weiß nicht noch! Vorratskiste gefunden, sofort sicher! Ja... 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 Ja, kein Problem, ich hab Sniper, Dicker Und treff ihn natürlich nicht Wurde... Ja, wir sind ja schon Bling, Bling, Bling Heute ist der Spieler, hab ihn Execute, weil er Spaß ist Execute! Ey, du! Ey, du! Ey, du! Ich schwörle, jetzt herum darf ihr mir den schon nicht gegönnt und jetzt auch nichts Dicker, ich hab ihn voll beackert mit der Sniper und du klaust mir den Kill. Hey, ich hab... Heure doch. Außer dem nicht early game executen. Ja. Das bringt Unglück. Nein, aber das war... Ach man. Ich bin unterlegen. Bisschen Spaß muss sein. Oh ja, einer piekt schon. Hab ihn noch? Einer ist noch drinne. Oben, oben drinne ist einer bei dir. Zwei sind drinne. Oh, Abschluss bestätigt. Ist noch einer rein. Ich hab nur noch Knarre, Dicker. Oben bei dir ist noch einer drinne. Er hat gute Hilfs bekommen. Ich hab den Gurk ein bisschen bearbeitet. Ja, ich hab ihn gleich hoch. Hab ihn für nicht. Nice. Ich hatte so Glück, dass ich hier rausfahre. Oh, hier vorne. Markier mal, markier mal. Kann ich nicht? Musst du mit dem Heli weg? Der kam hier. Ah, also... Oh Gott. Er sitzt hier irgendwo da. Mann, scheiße. Ach, da drinne. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Hier vor mir im Haus. Ja. Oh mein Gott, er snaggt mich, er snaggt mich, er snaggt mich. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskinder gefunden. Hab ihn. Oh, scheiße, Sniper von links. Huch, hu. Hinter mir, hinter mir. Wir haben mich an, wie sie... Kommt der unten an? Er kommt. Ich geh hier hin. Warte, er kommt ja. Zurück in den Kampf. Wo ist er denn? Ja, hier ist er, hier ist einer. Ja. Ja, ey. Er hat wieder eine Brune. So eine dreckige Brune, den Biener. Ich hab auch wieder gar keinen... Ich liege hier immer noch tot. Biene, nächstes Mal einfach gleich holen, Alter. Dann hätten wir noch ein bisschen... Nein, 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 nein. Warte, bei mir ist Action, bei mir... Einer ist auf jeden Fall bei mir hier irgendwo. Da ist er. Leifling. Oh, oben auch einer. Zwei bei mir. Zwei bei mir. Warte, komm zu mir, komm zu mir. Wir verpissen uns hier. Du musst warten, bis du dran bist. Was? Ich hab ihm 45 gegeben und er stirbt. Ich... Der Kampf hat begonnen. Das ist so lächerlich, Alter. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Wir kaufen, ich hab ihn wieder gemacht. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Es ist trotzdem lächerlich, wenn er... Fünf jetzt schluckt er bei mir nur zwei. Komm wieder. Ja, da ist noch gerade einen schlechten Kaufpunkt. Ey, er ist schon raus. Warte, was hast du jetzt gemacht? Ich hab mich wieder gekauft. Ich hab mich wieder gekauft. Du? Egal, ich hab gerade den Wasser safe oder was. Ich hab da keinen. Ich hab da keinen. Ja, ja, ich hab mal Geld drin. Dann kannst du Lod aufkaufen. Und Moni-Test. Haben wir gelingt für Moni-Test? Jackpot, hier ist Geld. Ist egal, ob wir erstmal... Geil, wir haben alle Verbindeten in der Sicherheitszone. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Wer die Munition hat... Da fällt jemand? Oh, der ist in den Garten nicht da vielleicht gelandet. Ja, ich hab doch... Also, vor allem, letzte Runde haben wir auch ohne Geist auch noch dazu gewonnen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das war auch nochmal krasser. Ich bringe uns in die Luft. Die hätten uns ja... Ich dachte... Ich wollte mal gucken, aber hier... Ich bin durch. Ich wollte halt gerade noch mal erwähnen. Ohne Geist. Die hätten uns die ganze Zeit sehen können. Hätten die eine Drohne oder so angeschmissen. Sie waren in den Bratwarnplatz bei uns? Nee. Ich hab keinen Geld. Ich hab keinen Geld. Ich bin unterwegs. Ja. Ich hab noch 8 Platten. Ich kann mich heute hier wieder... Ja, hier ist zwei. Ja, da gibt... Die Türen sind zu. Auf Dach ist safe. Dann gibst du jeden 2 und dann habt ihr da... 2. Danke. Ehren-Schuh-Rack, Alter. Ich will mal ein bisschen Bank-Wooten, Alter. Oh, ich werd auch gerade unter. Naja, ist ja... Warte, jetzt hier. Du passt doch Heli auf, ja? Gib's kurz von oben. Hier waren sie aber schon... Nee, hier liegen ja überall noch Knarren aus dem hier. Nein, nein. Hier ist doch keine Ahnung. Safe Revibe schmeckt. Nice, Digger. Ui, goine chest mit Panzertasche schmeckt. Na dann gib mal gleich ein paar Platos ab, Alter. Warte, komm her. Ich bin voll sehr gut, Alter. Ich hab einen Trophy für Heli. Ja, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Will ich haben! Ich geh schnell hoch zur Heli und mach Trophy rauf. Ich hab einen Trophy rauf. Ich hab einen Trophy rauf. Ja, ich hab noch... ... 4,6. Ja, ich kann mir dann einfach reinholen. Ich hab irgendwo... Ich hab irgendwo noch eine Trophy rauf. Hier ist ein leichtes Maschinengewehr. Hier ist ein leichtes Maschinengewehr. Hier ist ein leichtes Maschinengewehr. Ich soll sagen, dass ich... Ach ne, ich hier ist ja eh kein Shop. Nein, ich hier ist ja eh kein Shop in der Nähe, so kann ich auch passen. Ja, ich brauch noch einen Shop hier. Aber wer hier Onliner gewesen ist, dann wär ich da ja wo. Self-Revice, bei mir U-Bahn. Okay, jetzt Shurek, kommst du hoch? Ja, bin da. Dann hol ich mir den Dings. Ja, dann haben wir jetzt alle ohne zu kaufen Self-Revice, oder? Perfekt, Alter. Perfekt. Erinner mich mal, dass ich den Elitiziert hab, falls in einer klaut. Ja. Ich hatte einen Trophy drauf, weil du würd nichts bringen. Doch. Wenn keiner von uns drinnen sitzt. Ah ja, okay. Okay, C4. Am Heli. Äh, hier sind noch 5 einzelne Platten. Ich hab ne Panzertasche gefunden. Helikon? 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 Hau uns gut? Nee, im U-Bahn. U-Bahn hoch. Ist noch unsere Kiste? Gut. Gut, ich geh schon mal los von dem Ghost. Nimm den Heli mit, wenn du runter gehst, oder? Nimm den Heli mit, wenn du runter gehst, oder? Nimm den Heli mit, wenn du runter gehst, oder? Nimm den Heli mit, wenn du runter gehst, oder? Ach ja, okay, ja, dann komm ich auch runter. Dann geh ich auch runter. Ja, aber jetzt kannst du den Heli mitnehmen, Digga, weil Zone moved. Ey, jetzt schon zu schritt. Oh shit, Alter. Marta, hast du die Platten gefunden? Ja, ja, Zone moved. Ja, okay. Ich geh nicht holen. Ey, dieses Messer von diesem Beanskin, den man da bekommt. Warte, wo ist denn jetzt meine Kilo? Also hier ist meine Kilo, und hier sind meine Diamatis, weil es keiner braucht. Meine Kilo ist weg. Ah, ne, die liegt hier oben drauf. Ah, jette. Meine Kilo liegt da auch drauf, also da müssen drei Kilos liegen auch. Ja, ja, liegen auch. Aber ich komm nicht an meine ran. Ah, jette. Ich will meine hier einfach nur wegen Skid. Ich würd mal gucken, ob ich hier am Shop, äh, ne Drohne und ein Cluster oder ein Prezi kriege. Hier rüber sind, hier rüber ist mindestens ein Vollteam mit dem Heli abgesondert. Ja. Ähm, 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 äh, du, du holst ne Drohne, ich hab ein Prezi und geb dir dann das Rest geht, dass du ja auch noch ein Prezi holen kannst. Gute Scheiß, mal Gas machen und sowas. Habt ihr das schon? Ich bringe uns nicht. Scheiß, was auch Gas machen. Aber Prezi ist besser, finde ich. Drohne auf dem Einsatzgebiet. Doch, self. Medizinische Vorräte lokalisiert. Warte, ich dropp hier, warte, klar. Ey, Alter. Lauf doch raus. Die Dude, oder? Das ist mein Geld. Ich hab nicht mal Mandi oder was hier gemacht. Ich hab ja auch bei Klaus machen. Prezi für die... Nein, das sind 100. Warte, hier. Warte, hier. Warte, hier. Perfekt, danke. Du, Auto, Auto, Auto. Ja, also wenn ihr... Ey, jetzt hab ich meine Sniper nicht mehr. Ey, können wir nochmal ganz schnell zurück? Na geh. Dicker, mach, mach, mach. Also hier sind... Hier geht einer. Hier kommt einer. Da kommt einer. Von Lila. Na ja, genau. Jetzt ist die Drohne aus. Jaja, einer war da. Einer kam auf den Markt da. Geh mal über Brücken den Weg hier. Ich hab die. Da war einer auf Drohne. Deswegen hab ich da grad noch gemarkt, Flina. Ja. Da wurde noch raus. Du stehst in die Richtung. Komm. 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 Oh, auf Landbahn haben sie gerade ein Heli weggeschmissen. Ja. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ja, also irgendwo hier sind sie. Ich kann nichts sehen, weil ihr beide vorbittet Okay, ja Oh, danke Oh, ja, danke schön Warte, dann soll ich Danke, danke, Seif Oh, ja Wechsel die Plätze, wechsel die Plätze Ja Dude hat ein Action da Alter Dude feiert Alle wollen den Dude, Digga Naja, der Dude ist einfach zu krass, und das wissen wir Die werden hier oben am Rand sch... Ja, lass oben am Rand, lass oben am Rand raus Okay, genau Ich schmeiß den hier oben weg Und raus, und Achtung, in dem Haus auf Orange schnippen sie Ne, hier oben ist keine Zone Nein, was denn jetzt? Commander is out of Dings geflogen Oh, nein Dein Teammitglied ist im Gulag Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt Ich hab ihn da nur... Ja, ja, ich hab ihn grad kurz gesehen Der ist unten auf dem Boden da langgelaufen Ja, ich hab... Commander da auch... Ja, ja, aber er sagt doch nichts Ne, ne, Commander ist da runtergerutscht Ja, aber er sagt doch... Er ist weg Ich habe ein paar Schrotpatronen gefunden Oh, pass auf Die Snaken auf uns Ich bin dran Ich muss runter, hier, wir haben hier... Ich rutsche hier sehr viel Ich muss runter, hier, wir haben hier... Ich rutsche hier sehr viel Achtung, dein Teammitglied wurde besiegt und ist zurück zur Haft Also, Klausel, ich war... Ich glaube, er ist weg Na, er sagt doch nichts, ja Er ist weg Dann... Also, wieder kaufen wird auch nichts bringen Wir haben eh nicht Kamingeld, aber... Oh, 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 hier vorne sind's auch hier Ja, 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 hier, er war aufm Dach, ist runtergekommen Verlagere man schon gut Gab keinen aufm Herzschlag? Ich... Lauf hier mal ein bisschen weiter nach links, um zu gucken Ne, wir kommen an Ultime Er ist hier... Äh, Dude ist noch näher dran, will ich... Ah, Ultime, er rennt weg Ich zieh ein! Also, wieso soll ich zurückkehren, wenn Dude direkt da ist? Hallo, Junk? Hallo, hört er mich? Ja, ja, jetzt... Er ist hier ins Haus Genau, aufs Ping ist er im Haus War er alleine? Ja, also, ich hab's nach Hause Ne, aber hier sind seine Buddys Bin unterwegs Ah, da, da hat er wieder Tür geöffnet Komm an, aber was war denn los? Erstmal, mein Mikrofon hat die Farbschild und 2 Seiten... Ja, ja! Oh, 1 Sekunde gewartet, dann hätt ich mit Dicker Ja, Shield-Break und save nur noch 1 HP, Alter. Der joystick hat wieder oben links geklemmt, deswegen bin ich oben gebrochen. Tür hat er zugemacht. Ich wechsle mal den Spot. Also, ey, der könnte uns vielleicht noch überraschen. Also jetzt ist er ja noch weit weg, aber vielleicht movt er hier aus und lang. So soll es... ...problieren. Von hier hatten sie auch gesnackt. Ah. Ist auch immer noch bei Rot da irgendwo. Wir sind halt nicht. Ja, ich hab noch eine halbe Stunde, also sag ich... Ja, die Falten da im Haus? Ja, ich bin nach der Runde raus. Ich geh hier hin. Waren die nicht davor schon noch blau? Nee, davor. Ja, davor waren wir hier. Also blau, orange und das Haus davor. Jetzt sind sie eins weiter da. Die Falten, glaub ich, mit denen auf Rot. Das Gas breitet sich aus. Also rotes Gebäude. Orange. Ich bin da hinten. Ich geh hier hin. Ich hab hier auch gar keinen guten Winkel, um ehrlich zu sein. Wo denn? Wo, wo, wo? Ja. Da kommt der Kumpel. Hier, hier hin. Ah, ignoriert das. Aus dem Vorfall ist ein ganzes Team, glaub ich, war super. Auf welchen Ping denn? Ähm, Schwerk. Hey, ich bin auf dem Weg dahin. Ah, auf blau. Hab ihn noch. Blau, da ist wieder einer. Falschgesichtigt. Sind wir im Haus? Ziel markiert. Freigabe erteilt. Die Prezi raufgefeuert. Alles klar. Luftschlag im Anflug. Hab ich die Volt. Danke. Schwerk, ich bin jetzt leicht unter dir. Ich guck mal, ob ich zu dir noch rauf kann, weil ich hatte da unten gar keine Position. Naja, ich komme nicht rauf. Ich guck mal, wo der blaue Pink ist. Ganz, wo der blaue Pink. Links, ganz leicht, links, links. Auch hier ist nicht. Mir kam sofort, ob einer beim Pack vor ist. Aber ist nicht. Ne, die sind alle tot da. Nach da ist noch einer abgehauen. Irgendwie dahinter. Machen wir die eckige Camperrunde jetzt hier. Oh, rechts von uns kommen sie mit einem kleinen Wagen hier. Ich gehe hier lang. Ja. Ja, da hab ich Quart gesehen ganz kurz. Ey, ich muss hier rauf. Ich hab gar keinen Winkel. Hier rutsch ich die ganze Zeit runter. Ich muss hier vorne rauf. Na, pass aber auch. Kann sein, dass hier vor dir mit einem Quart da irgendwo liegen. Oh, Most Wanted. Minimum drei Leute. 5, 4. Lauf bin einer. Alles. Laufen mehrere. Verstanden. 5, 4. Der Feind nähert sich. Ey, jetzt wird die Faust. Wer ist die Faust lang gelaufen? Ja, Shurek? Warte, ich fahr doch mal zur Dude nach oben. Dude, wie bist du denn da hochkommen? Ne, ne, Dude. Da sind zwei Mann mindestens drin. Komm zurück. Geh zurück, Dude, 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 Dude. Ja, okay. Ich komme zurück. Zeig mal, wie man da hochkommt. Bei dir. Oh, bei Most Wanted sind mindestens drei Leute drinne. Hier. Dicke, du musst hier, wo ich bin. Ah, Most Wanted wurde auch angenommen. Direkt vor uns. Ja, das sind die beiden. Mindestens zwei. Safe? Ja, Safe 2. Ey, jetzt, guck mal, jetzt wird diese Sniper die Kranke. Ah, ich hab ihn durch die Wand, hab ich ihm einen Respekt gegeben. Warte, warte, belöffelt ihn, ich stehe von hinten, ne? Der ist raus, der ist raus. Der ist raus, der Idiot. Der ist alleine, der ist lost, der ist lost. Das ist, äh, rennt weg, der rennt weg nach hinten. Und abgeschaut, was er denn hier. Hab ihn. Der wurde aus dem aus angeschaut hier. Wir gehen hier wieder hoch, wir gehen hier wieder hoch. Wir gehen hier wieder hoch. Dann löffelt ihn mal, die Schule kriegt Schüsse. Granate? Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich bin grad wieder auf dem Weg nach oben. Besser, besser. Genau. Ja. Du, dich, äh, Schule, bist du irgendwie safe da? Ja, ich bin safe. Bist du eh drauf? Ja, im Augenblick. Ich hab einen Nock. Aber auf Lila rotzen sie noch. Einen hab ich geholt. Ja, ja, einen hab ich auch auf Lila geholt. Aber ich hab keine AR-Moon mehr. Doch. Ich hab Lila komplett weggerufen. Ich hab Lila komplett weggerufen. Räh, 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 Räh. Auf Rot, auf Rot, auf Lila. Schon gut. Auf Rot, auf Rot, auf Rot, wo wir am Anfang auf, äh, Da oben schalten sie raus. Verbrechen was? Verbrechen was? Ja, die haben einen Toffi umgelebt. Ja, einer, einer oben. Ja, warte. Mann, will da verliegen jemand. Hat jemand den Blätter gelassen, den wir reingelassen haben? Da ist ein Toffi drinnen. Oh, ich schieße dich durch. Ich hab's schieße dich. Ja. Ja, oben, da ist es toll. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Der ist es genommen. Nein. Hab geholt. Nein. Versuch Gulag zu gewinnen. Hier droppt einer, hier droppt einer. Wir können aber keinen holen, das schaffen wir nicht zeitlich, weil er vor uns bei Rot campen sei auch drinnen. Dein Teammitglied hat den Gulag getreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einzug. Ey, Alter. Da drüben sind zwei. Da oben, da oben. Warte, warte, warte. Ich versuch. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ja. Unten fiegt am Fenster. Er ist wieder nach oben gelaufen. Eigentlich haben wir Baba Position, wenn wir weiter nach oben nach hinten gehen. Die Läuferung ist unterwegs. Da drinnen sind sie, auf Nieder, sind sie nur noch drinnen. Ich hab noch ne Plattenchests. Direkt neben uns sind zwei dort aufs Kölge gegangen. Ja komm, wir müssen jetzt rüber gehen. Ja komm, komm, weiter. Der ist hier drinnen. War ne Waffe. Hab ihn. Sauber. Warte, gib mir mal, hat jemand AR Munition für mich? Ich hab gar nichts, Alter. Ja, hier draußen liegt alles voll, Dicka. Äh, nee, warte. Ich hab zwölf Schuss. Ja, scheiße, scheiße. Komm her. Warte ich am Haus noch überschielen? Hier. Hier sind 90 Schuss. Nein, 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 nein. Direkt daneben Chicken was haunted und hier sind auch noch Leute auf Lila. Oben auf Lila, in den blauen Stämmer. Nach oben, nach oben. Lass nach oben rufen. Ich geh hier hin. Ja, ja, so in die Richtung. Kann jetzt aber sein, dass wir voll auf die Fresse kriegen von dem, wenn man es wüsste, ja? Ja, da kommen sie. Ja, läuft einer, läuft einer. Ich geh hier lang. Sieht aber außen nur wie einer. Wo, wo, wo? Ich hab ihn nicht gesehen. Da ist noch einer. Hier am Stein. Auf blau. Da hinten läuft noch einer. Im Visier. Es sind zwei da hinten. Dann kommt noch einer. Am Stein schießt auf mich, am Stein schießt auf mich. Ziele markiert. Ziele markiert. Noch ein Schieber hinter. Nein. Alle, oder? Nein. Alle, oder? Schüsse. Hab ihn. Auf er. Pass auf. Links von uns. Von hier unten unten. Hier nun noch Gasmasten. Neue Sicherheitszone wird markiert. Wer ist hier oben? Schatz sind. Links unten. Links unten. Ja, links unten. Hier falten sie irgendwo. Wir laufen die schnell. Ne, ne. Komm, wir gehen hier hin. Hier, hier, direkt unten. Hier, direkt unten bei mir. Direkt an unserem Lodo schießen sie. Hab einen. Hab einen erwischt. Hab einen erwischt. Und da oben schießen sie auch. Ich bin unterwegs. Ja, die von oben treffen mich sehr, sehr gut. Könnt ihr mal bitte auf den oben noch blau snacken? Dass ich schmogen kann. Hier drückt irgendwo noch einer. Hab ihn. Das Gas kommt. Sehr gut. Hab ihm ein paar Mal Respekt gegeben. Loser, was ist denn da für eine Waffe? Prezi kommt. M4. M4, Dicke. Wir müssen hier ein bisschen rein. Lass mal hier ein bisschen rein nach oben. Ja, hinter die Steine, hinter die Steine, hinter die Steine hier vorne. Ja. Wir haben eine Waffe-Position. Bin unterwegs. Aber rechts auf jeden Fall. Rechts sind hier von uns auf jeden Fall noch welche. Wenn wir ein bisschen weiter nach oben. Ein Team, ein Team kommt von hier. Nein, nein, nein. Wir bleiben hier, ein Team kommt von da. Doch ein Team war von rechts. Warte, warte, ich möchte kurz einmal hier. Da, am Lodo ist es einer. Die unteren 3er-Team. Stattes 3er-Team, rechts. Das ist 3er-Team. Da, am Lodo. Das ist 3er-Team, rechts. Komm, noch mehr. Einer habe ich noch, Leif-Ping. Die Puesen nicht aber alle an. Den kommst zurück. Aber ein Dock von denen. Die nur kommst zurück jetzt. Warte, warte. Ich möchte den einfälligen. Noch ein Nock da. Bei mir. Noch eine Runde bei mir. Ich hole weiter. Einschlag, kein Erfolg. Willkommen wir! Nur noch einer! Nur noch einer hinten am Stein! Nur noch einer am Stein hinten! Wo am Stein? Hinten an der Bahn am Stein! Noch vier Gegner, Jungs! Komm! Okay! Ich werde hier beschossen! Hab ihn, Headshot! Das Gas breitet sich aus! Oh, von links Sniper! Von hier gesniped! Arbeiter! Team schäubt! Ja! Rechts! Rechts! Arbeiter! Rechts! Rechts! Ja, ja! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Okay! Nur noch zwei! Habe ihn! Sauber! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte mal kurz! Ich frage, ob ich noch eine Runde machen kann! Haha! Digger! Zwei Runden hintereinander! Einer muss jetzt raus sein! Rechts! Wer auch! Also! Also! Eine Runde mach ich doch nicht raus! Also Commander, warte! Ich würde jetzt fragen, ob ich noch eine Runde machen könnte! Wenn ja! Dann würde ich gerne noch eine Runde mitspielen! Wenn der... Nein! Dann bin ich raus! Also! Commander! Die Frage an dich! Würdest du rausgehen? Wenn ich jetzt noch eine Runde mitnommen kann? Kann noch eine letzte? Ja! Okay! Aber T jetzt! Ich kann... Ich frage jetzt drauf! Also! Das war schon! Back to back! Digger! Hint! Back to back! Alter! Ich dachte! Ich dachte jetzt bei 30 gegen die Warte klatschen! Ich würde jetzt aufeinander rein! Und davon darfst du nicht vergessen! Wir waren noch einer weniger! Wir haben gerade auseinandergenommen! Ja! Guck mal! Nix! Gar nix! Nix! Shit! Also! Ich bin raus! Alles klar! Tschüss! Ciao! Warte! Geht mir nochmal in die Lobby! Ich möchte kurz nochmal gucken!